Ich lerne Deutsch. Nummer 6086 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wer hat dir die Tulpen geschenkt? War es ein Verehrer? Kenne ich ihn? Wer hat dir die Tulpen geschenkt? War es ein Verehrer? Kenne ich ihn? Wer hat dir die Tulpen geschenkt? War es ein Verehrer? Kenne ich ihn? Heute ist unser letzter Schultag. Dann haben wir sechs Wochen Sommerferien. Heute ist unser letzter Schultag. Dann haben wir sechs Wochen Sommerferien. Heute ist unser letzter Schultag. Dann haben wir sechs Wochen Sommerferien. Ich bin seit zehn Jahren Geschäftsführer eines Verbandes der verarbeitenden Industrie. Ich bin seit zehn Jahren Geschäftsführer eines Verbandes der verarbeitenden Industrie. Ich bin seit zehn Jahren Geschäftsführer eines verarbeitenden Industrie. Es wird oft schlecht programmiert. Ich finde die Sicherheitslücken und melde sie der Firma. Ich finde die Sicherheitslücken und melde sie der Firma. Ich bin als Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Ich bin als Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Wenn du viel unterwegs bist, ist eine Kreditkarte unerlässlich. Vor allem im Ausland hilft eine Kreditkarte, unangenehme Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Wenn du viel unterwegs bist, ist eine Kreditkarte unerlässlich. Ich bin in der Lage, meinen eigenen Wert zu erkennen. Ich bin in der Lage, meinen eigenen Wert zu erkennen. Die Mutter hat sich bei ihrem Sohn angesteckt. Es ist aber nicht schlimm. Nach ein paar Tagen sollte alles vorbei sein. Die Mutter hat sich bei ihrem Sohn angesteckt. Es ist aber nicht schlimm. Nach ein paar Tagen sollte alles vorbei sein. Ich pflege die Fensterrahmen mit einem Spezialreiniger. Dann glänzen sie so schön. Ich pflege die Fensterrahmen mit einem Spezialreiniger. Dann glänzen sie so schön. Es ist unglaublich, was ich hier lese. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich pflege die Fensterrahmen mit einem Spezialreiniger. Ich pflege die Fensterrahmen mit einem Spezialreiniger. Dann glänzen sie so schön.